Alles klar? Das bist du wirklich. Was? Mein Wunder. Du hast mich so krass geflasht. Hör auf, sonst werd ich gleich nochmal rot. Das... Das mit dem Rotwerden ist übrigens neu bei mir. Lüß, ich... Ich seh dich und ich bekomm weiche Knie. Oder ich habe verstrahlte Sprachnachrichten auf, so wie jetzt.